Hallo Leute, jetzt sind wir in den Shop, es gibt vielleicht keine V-Bucks Mission, war wohl zu viel in letzter Zeit. Krass, dass es heute keine gibt, ne? Gut, das war mehr Karton-Musterkarte ist drin. Schlucks, Doppelzapfen, Schlörfen, es gibt schon eine die heißt so... Aber, die ist animiert. Ach, guck mal, eine Ahnung, die waren auch lange nicht mehr drin. Die kann ich dir irgendwie nicht zeigen. Ja, die werden dann auch mal gezeigt. Grünes Plastik. Raus und Rotes. Ach, dieses, ach, dieses Paket von... Das kann nicht... Ist das ein Stil? Ne, ist kein Stil. Ne, bei der ist es ein Südstil. Silberzaun. Sturmsiegel. Die ist immer noch drin. Was soll der eigentlich für Kapitel 3, Season 4 sein? Dass der noch bis, äh, was weiß ich, Montag drin ist oder so. Kriegt ihr irgendeinen neuen Stil oder so? Für der Season 4. Die kommt auch gefühlt immer rein. Auch mal noch im Stil. Die sind die Schauspieler im Stil. Die sind die Schauspieler im Senf. Die sind die Schauspieler. also das hier ist noch ist ja ich denke mal also wissen alle bis zum 17 beziehungsweise wenn am sonntag der shop aktualisiert wird bevor an dem gleichen tag des season neu anfängt das paket glaube ich auch raus oder es wird nach dem update verlässt es den shop weiß nicht kann sein genau ein bisschen auch die sonatrix dinge einsen und nun... achso einsen und nun... die ist noch drin ja das ist wahrscheinlich heute das letzte mal dass es drin ist also mit dem nächsten shop update verschwindet regenbogen royal also die sachen ich glaube der battle bus noch nicht aber das wird dann auch raus sein kann sein dass was wieder kommt dernächst irgendwann mit neuen sachen aber sonst ist es erstmal raus ja das hier keine ahnung wahrscheinlich bis seasonende noch mal drin dachte ja das wäre alles weg und dann kommt nächstes hier wieder denkt man mir das ist auch so ein kandidat der wieder zu jahresende noch mal also sommer variante kommt mit den besten verkaufs skins des jahres mit mir das ist wahrscheinlich so schott